Wie kann man bei WhatsApp Lesebestätigung ausschalten? Eine der Funktionen von WhatsApp ist, dass die Nachricht zugestellt wird, wenn Sie jemandem eine Nachricht senden. Und Sie erfahren, wann diese Nachricht die beabsichtigte Person erreicht hat und wann die beabsichtigte Person ihre Nachricht gelesen hat. Nun möchten einige Benutzer möglicherweise nicht, dass andere wissen, wann sie ihre Nachrichten gelesen haben, oder dass sie das Häkchen der gelesenen Nachricht nicht sehen. Sie können diese Prüfung deaktivieren. Geben Sie dazu die Anwendung ein. Geben Sie die Einstellungen oben rechts ein. Klicken Sie auf diese Option. Deaktivieren Sie diese Option jetzt. Auf diese Weise wird niemand bemerken, dass Ihre Nachrichten gelesen wurden. So einfach. Achten Sie natürlich darauf, dass Sie dadurch nicht herausfinden können, ob andere Ihre Nachricht gelesen haben oder nicht. Wenn Sie Fragen haben, können Sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn Ihr Problem gelöst ist, liken Sie bitte das Video und abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie das Video und abonnieren Sie den Kanal.